Du weißt schon, dass ich mit ihm in den 80er Jahren in einem Verein war, ja? In welchem? Du bist bei 4. Da haben wir noch Zweiermannschaftstern wieder in der B-Class abgeräumt. Ich habe ihn aber gekannt, er hat er bei Unterarsbach gespielt in der Jugend. Ja, dann liegst du vorne. Haben Sie den Oma gezeigt? Der mit 17 schon 3-4, aber das ist so 33-4. Ja! Ja!